ja hallo zusammen willkommen zu einem kleinen info video von mir und zwar bezüglich der bevorstehenden europa wahl ja wie ihr alle schon mitbekommen habt heute ist wahltag 26 mai und ich hiermit rufe ich auf euch alle wählen zu gehen weil es geht definitiv um die freiheit im internet beziehungsweise um artikel 13 etc was mich als youtuber auch sehr betrifft und deshalb werde ich mich in zehn minuten auf den weg machen zum wahllokal hier und ich werde definitiv anders wählen als das system es will also ich werde nicht cdu oder spd wählen und ja wollte nur kurz euch informieren dazu und hiermit aufrufen für alle denen mein content gefällt bzw die meinen channel abonniert haben und mögen geht wählen es ist in aller interesse und das so konnte wie bei mir halt oben bleibt weil wenn die falschen parteien dran kommen dann kann es sein dass kanäle kanäle wie dieser ja geschlossen werden müssen wegen dem geplanten artikel 13 wie gesagt damit jetzt mein abruf geht wählen und ja dann würde ich sagen wir uns bei einem meiner nächsten let's plays wieder als bis dann